Das Raven West Team mit Nathan McCain und Lara Carvalho liegt auf der Strada Alpina in Führung. Doch Yume Tanaka von Seneca ist direkt hinter ihn und das bereits seit 8 Runden. Wird sie es schaffen bei diesem Rennen Grid World Series Geschichte zu schreiben? Valentin Munzi, ein Einzelkämpfer im Mittelfeld, versucht aufzuschließen, aber er wird von Northpoint aufgehalten. Ich komme nicht vorbei, ich gebe Anweisungen zum Verteidigen. Ich bin gut gelaunt aufgewacht. Das Wetter war perfekt vom Team nahm man endlich Notiz. Nummer 22 verteidigt die Position. Sehr gut, 22. Mach weiter Druck. Seneca hatte einen Wahnsinnslauf in diesem Jahr. Yume Tanaka hat sich Caballo jetzt schön zurechtgelegt. Sie setzt zum Überholen an. Raven West vergisst's. Hinterherfahren ist leichter als anzuführen. Sie zieht vorbei! Das ist der eindeutige Beweis. Raven West ist schlagbar und wird auch herausgefordert. Yume war echt gut in Form, aber es lagen noch viele Runden vor uns. Für mich war alles wie immer. Einfach die Lücke schließen. Egal wie. Lara, hol die Position zurück. Ich versuch's. Ich mach das schon. Ich lass sie nicht vorbei. Jetzt McCain gegen Tanaka. Bisher ein tolles Rennen für Seneca. Druck? Nein, nein, Quatsch. Hey, wenn diese Idioten nicht auf der Strecke bleiben können. Ihr Problem. Tanaka sieht eine Lücke. Sie riskiert sehr viel. McCain gefällt das gar nicht. Kontakt! Tanaka dreht sich. Northpoint hat keinen Platz zum Ausweichen. Was für ein fürchterlicher Unfall. Tanaka in der Mauer. Man, sie rutscht quer über den Grasstreifen. Seneca's Nummer 21 ist drauf. Die 22 ist beschädigt. Überall liegen Trümmer auf der Strecke. Es ist unfassbar. Sie übernehmen also keine Verantwortung für den Vorfall? Wieso auch? Okay, 22, du musst reinkommen. Zu viele Trümmer auf der Strecke. Negativ. Lass das Auto im Rennen wiederholen. Nicht ausscheiden. Ah, du? Die 22 ist stark beschädigt und Jume antwortet nicht. Ist sie okay? Die Sannis sind da, mehr weiß ich auch nicht. Konzentrier dich auf das Rennen. Sag Bescheid, wenn du mehr weißt. Kannst du die Strategie bestätigen? Hey, die Hälfte der Fahrer ist drauf. Wenn wir ins Ziel kommen, sind wir in den Pumpen. Wir können jetzt nicht aufhören. Okay, 22. Fahrt uns rennen zu Ende. Los, los! Okay, 22. Spalte alles. Wir können keine Befekte erkennen. Schafft es einfach über die Linie. Weiter so. Du musst das gut feiern fast nicht. Ich schaffe das. Oh, los! Oh, los! Okay. Los, los! Los! Los, los! Los, los! Nur noch ein paar Kurven. Du schaffst das. Schön ruhig bleiben. Untertitelung des ZDF, 2020